Liebe Mörserinnen und Mörser, heute genau vor einem Jahr ist Putin in der Ukraine einmarschiert. Ein Jahr, in dem sich die Welt einmal auf links gedreht hat, könnte man sagen. Wir alle haben es nicht für möglich gehalten, dass so etwas passieren kann, dass es Krieg in Europa geben kann. Zwölf Monate. Zwölf Monate, in denen unglaublich viel geschehen ist. Zwölf Monate, in denen die Menschen, dem Krieg entfliehend, auch zu uns hier nach Mörs gekommen sind. Gefordert sind wir, seit zwölf Monaten für diese Menschen da zu sein, ihnen zur Seite zu stehen, ihnen zu zeigen, wir sind mit euch solidarisch. Und das sollte uns eigentlich leicht fallen. Warum? Warum? Weil wir zum einen unmittelbar spüren, dass die Gewissheiten, in denen wir uns so viele Jahre und Jahrzehnte bewegt haben, eben nicht mehr die sind, die die Realität abbilden. Nichts ist gewiss. Und auch uns kann es irgendwann einmal so gehen, dass wir die Hilfe anderer brauchen, dass wir der Hilfe anderer bedürfen. Und so sollte es uns leicht fallen, Solidarität zu leben, auch hier in Mörs. Ich spüre, dass das hier in Mörs gelebt wird. Und ich hoffe auch, dass die zu uns Geflüchteten es spüren. Bedauerlicherweise zwölf Monate und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Wir spüren nicht nur, den Menschen Hilfestellung geben zu müssen, sondern wir merken auch, dass auf ganz vielen Ebenen hier unser Leben sich verändert hat. Wir haben die Energieknappheit, die Sorge darum, ob wir überhaupt über den Winter kommen, ohne die Heizung ganz abstellen zu müssen oder andere Einschränkungen hinnehmen zu müssen. Diese Sorge hat uns begleitet, aber wir haben es geschafft. Und wir haben die Preiserhöhungen wahrgenommen, die jetzt im Moment stagnieren, aber vielleicht auch schon wieder ein wenig zurückgehen. Und die Sorge darum, wie unsere Wirtschaft durch den Winter kommen mag. All das wird uns auch weiterhin beschäftigen. All das ist aber gelebte Solidarität. Auch das zu ertragen und mitzutragen für die Menschen, die jetzt für uns tatsächlich in der Ukraine für unsere Werte, für die Freiheit der westlichen Welt eintreten und einstehen. Deshalb hoffe ich zwar inständig wie Sie alle und wie wir alle, dass möglichst schnell auch diplomatische Lösungen gefunden werden, um den Krieg zu beenden. Aber wenn es noch weiter dauert, darf ich den Appell an Sie richten. Bleiben Sie trotz aller unmittelbar auch für Sie, für uns spürbaren Einschränkungen solidarisch. Das brauchen die Menschen in der Ukraine, das brauchen die Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind. Und das ist unsere Aufgabe und der wollen wir uns auch zukünftig stellen. Bleiben Sie solidarisch hier in Moers.